Ein Feiertag, zumindest mal in Teilen Deutschlands, sorgt wahrscheinlich dafür, dass sich der Markt ein bisschen weniger agil bewegt. Ist das tatsächlich so? Na gut, werden wir mal sehen. Aber immerhin, die Teile, die heute Feiertag haben, die sind sicherlich nicht so sehr akribisch im Markt unterwegs. Zumindest mal von der institutionellen Seite und dementsprechend dürfte da ein bisschen weniger los sein. Trotz alledem, der DAX, wir sehen das hier auch am heutigen 8. Juni, ist in der Seitwärtsbewegung. Das allerdings passt ja durchaus. Wir hatten ja schon mal gemutmaßt, dass die Bewegung möglicherweise beim DAX so aufzufassen ist. Dann sind wir hier 1, 2, 3, 4, 5 runter. Hier jetzt vielleicht eine Korrekturphase. Vielleicht geht es auch noch mal einmal hoch und anschließend noch mal runter. Das fände ich eigentlich ganz praktisch, um anschließend nach oben zu gehen. Also aktuell würde ich sagen, wir sind hier noch in der Verschnaufpause. Das würde auch mit dem heutigen, sagen wir mal so halben Pausentag, die Märkte sind ja offen, aber trotz alledem mit weniger Engagement, vielleicht unterwegs ein bisschen. Das würde eigentlich durchaus passen. Also jetzt hier auf die bullische Seite zu wechseln. In diesem Augenblick, im kürzerfristigen Chart, weiß ich nicht, ob das so attraktiv ist, unbedingt. Wie gesagt, den Rücksetzer, das, was wir gestern noch mal eingezeichnet hatten. Ich kann die ungefähre Box hier noch mal darstellen, damit ihr das vielleicht nachvollziehen könnt. Ein tiefster Punkt, höchster Punkt in die Kiste rein, aber korrektiv hier vorne war zwar schon drin, aber nicht korrektiv. Das wäre eigentlich optimal, wenn wir das, was wir hier vorne haben, da hinten noch mal bekommen. Entweder von diesem hoch ausgehend oder vielleicht geht es ja noch mal ein klein bisschen höher und danach noch mal runter. Das wäre mir am liebsten, denn das böte uns hier oder eben hier im Kleinen gegebenenfalls wieder Long-Einstiege, um insgesamt die Aufwärtsrichtung weiterzufahren. Da hat sich ja nichts daran verändert. Insgesamt, glaube ich, sehen wir immer noch die besseren Chancen beim DAX auf der Long-Seite. Unter Umständen müssen wir den Rücksetzer bis 15.500, aber auch das ist nicht außergewöhnlich. Wenn wir wirklich da hingehen, dann ist vorher die 750er Marke hier fällig. Vermutlich wird er gar nicht so tief mehr gehen. Also alles, was so über 15.800 ist, ist sowieso alles erst noch mal relativ safe. Aus bullischer Sicht, wenn er da drunter geht durch diese beiden genannten Marken, dann müssen wir tatsächlich damit rechnen, dass wir dieses mittlere Niveau hier aus diesem letzten halben Anstieg hier, also die Hälfte noch mal runter, dass wir das noch mal sehen. In etwa, da sind wir bei 15.500, das wäre noch nicht von der Hand zu weisen, aber das werden wir dann sehen, wie er sich hier verhält. Also aktuell noch eher die Abwärtsseite. Ich würde die Long-Seite weiter halten, wenn ihr sie haltet, je nachdem im großen oder im kleineren Bild. Also im kleineren hat man wahrscheinlich schon hier irgendwo Gewinn mitgenommen, wenn man dieses kleine Bild hier betrachtet. Wenn ihr das etwas größere betrachtet oder gleich sagt, ich ziehe jetzt die 18.000, die will ich miterleben, dann ist man wahrscheinlich sowieso nicht gewogen, jetzt so schnell dann zwischendurch rauszugehen. Also sind aber die von mir genannten Marken eigentlich schon mal ganz gute Möglichkeiten, das ganze Ding zu stoppen. Eine Nummer größer wäre dann hier den Stopp unter 15.200 hier zu setzen. Das ist also ziemlich noch mal die Unterseite dessen, was ich hier eigentlich erwarten würde. Also streng genommen die 78er-Marke bei 14.860 in etwa, denn wenn die tatsächlich fällt, dann sind wir auch bei unter 14.000 schnell noch mal mit dabei. Also ihr seht, da gibt es verschiedene Marken, in denen ihr euch entscheiden könnt, wie lange ihr das Ding aussetzen wollt. Ein Rücksetzer hat ja immer zwei Punkte, nämlich Punkt 1 ist, das ist aber dann doof, weil ich verliere dann wieder vielleicht Buchgewinne, die ich habe. Und das Zweite ist, wenn er tatsächlich noch mal hier hingeht und dann wieder hier hoch geht, verliert ihr diese Zeit. Auch das kann ein Argument sein, mal eine Position glatt zu stellen, zu sagen, okay, ich realisiere jetzt den Gewinn, den ich hier auf dem Weg gemacht habe vielleicht, um in der Zeit, das kann ja durchaus mehrere Monate sein, das Geld woanders sinnvoller einzusetzen, wo es vielleicht ein bisschen mehr Schmack es eben gibt, um dann später dann gegebenenfalls wieder hier zu wechseln, aber dann vielleicht auf einem günstigeren Niveau beispielsweise. Also das kann durchaus mal für eine Gewinnmitnahme oder ein Stoppen eben sprechen. Viele sehen ja den Stopp als, oh Gott, das ist aber dann ein Eingestehen eines eigenen Fehlers. Aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht so. Aus meiner Sicht ist der Stopp, dass der Markt nicht macht, was ich will und ich als Boss entscheide, dann fliegst du, fertig. Also nehmt das Ganze nicht als einen Nachteil, sondern nehmt das als einen Vorteil, dass ihr die Möglichkeit habt, hier einzugreifen und zu sagen, nein, 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 hier wird gespielt, was ich will und wenn ihr nicht das spielt, dann entziehe ich euch das Geld. Na gut, das ist vielleicht so ein bisschen zur Sichtweise, wie man das Ganze auffassen kann. Viele sind da sehr demütig und sagen, oh nein, ich bin ja das kleine Würstchen, ich kann ja nichts entscheiden. Doch, doch, egal wie klein ihr seid, wenn ihr das Geld in der Hand habt und mitmachen wollt im Markt, seid ihr diejenigen, die die Entscheidung treffen und alle müssen nach eurer Pfeife tanzen. Und tun sie es nicht, dann sanktioniert ihr den Markt, indem ihr Positionen wieder schließt, sprich Geld rausnehmt. Werdet euch dieser Macht bewusst. Na gut, das ist vielleicht jetzt ein bisschen in die Philosophie abgreifend. Trotz alledem, viele haben aus meiner Sicht eine eigenartige Sichtweise auf das, was ein Händler macht, was ein Händler kann, auf die Händlersicht. Und deshalb versuche ich euch immer wieder so ein bisschen Ideen mitzugeben, wie man das eigentlich auffassen kann. Das hilft einem vielleicht auch bei der eigenen Entscheidungsfindung, wie man damit umgeht, wenn der Markt mal nicht 100 Prozent das macht, was man sich tatsächlich vorstellt. Beim Dow Jones macht er ziemlich genau das, was wir uns vorstellen. Zumindest mal aktuell sind wir immer noch auf der bullischen Sichtweise. Allerdings seid ein bisschen vorsichtig. Das, was wir hier in der Abwärtsseite hatten, das war mir relativ steil. Das ist diese Bewegung. Das, was wir hier in der Aufwärtsseite haben, sieht aus aktueller Sicht relativ korrektiv aus. Also seid da ein bisschen vorsichtig. Für mich wären durchaus, wenn wir diese Zwischentiefs hier, das sind diese hier im Fünf-Minuten-Chart hier, das sind so die Tiefs vom 8. Juni, 6 Uhr oder was ist das? 8 Uhr gewesen, irgendwas. Und hier nochmal 15.30 Uhr. Wenn er diese Tiefs nochmal nach unten durchstößt, wäre ich sogar eher auf der Seite der Shorties unterwegs. Nochmal mit Erwartungshaltung, dass der Kurs vielleicht sogar bis ungefähr hier hin läuft. Wir hatten ja noch ein anderes Szenario. Das sieht mir fast danach aus, weil wir hier schon sehr hoch gelaufen sind, wonach der Kurs vielleicht sogar noch ein bisschen überschießt und anschließend erst nochmal hier runterkommt. Bitte behaltet das auch im Hinterkopf, insbesondere wenn das so korrektiv nach oben geht. Warum geht das korrektiv? Wir haben hier Rücksetzer, dann haben wir hier sowieso so ein Hin- und Hergeschwubble, dann haben wir hier einen Rücksetzer, hier nochmal. Die sind alle irgendwie kurzüberschneidend, so mehr oder weniger. Also man hat nicht so richtig den Eindruck, dass das Ganze von Riesenvortrieb gezeichnet ist, sondern man hat eher den Eindruck, könnte das nicht irgendwas Korrektives sein, was wir hier auf dem Weg nach oben haben. Ja, tatsächlich sehe ich das so. Und wenn das aber korrektiv ist, dann würde eigentlich so ein Rücksetzer nochmal folgen. Also entweder es dreht jetzt sofort, was ich mir vorstellen kann, oder relativ bald, dann wären das hier mögliche Short Trigger. Beim Future sehe ich das hier über 33.640. Aber bitte nochmal selber abchecken, je nachdem mit welchen Kontrakten ihr handelt, auf was die Bezugsbasis dann eben ist. Aber das sind diese beiden Tiefs, die ich genannt habe, beide von heute im Laufe des Tages. Intraday, das wäre ein Short Trigger, um das nochmal nach unten dann zu sehen. Dann sogar noch ein bisschen tiefer, vielleicht so die Ziele sogar bei 33.380. Also einfach die 1 zu 1 Projektion dessen, was wir da vorne haben, da hinten nochmal. Falls der Kurs das aber nicht macht, wenn er sagt, wir gehen aber nicht runter, wir gehen erst nochmal weiter nach oben. Und das bleibt aber sehr korrektiv, dann halte ich es für sehr realistisch, dass wir trotzdem nochmal hier runterkommen. Warum ist das so? Weil Korrektivbewegungen in Trendrichtungen sind meistens kein gutes Zeichen. Die stehen nämlich entweder am Ende einer Aufwärtsbewegung, dann geht es runter, oder sie sind Teil einer Korrektur, dann geht es nochmal runter. Also in beiden Fällen haben wir das relativ realistisch. Einige von euch haben das Thema Pattern Alternation auch mitbekommen. Das ist ein komischer Begriff. Das heißt im Prinzip Abwechslung der Verhaltensmuster oder der Korrekturmuster. Nämlich wir haben hier vorne einen Anstieg. Wir hatten hier etwas, was ich eher als eine starke Korrektur oder steile Korrektur hier bezeichnen würde oder scharfe Korrektur ist der eigentliche Begriff. Warum? Weil die Hochs relativ stark an Höhe verlieren. Das ist nicht untypisch. Die einfachste Form ist ein Zigzag. Dann haben wir das auch Start, Hoch und Zwischenhoch hier. Hier haben wir mehrere Hochs, aber trotz alledem relativ starker Abfall dieser Hochs, die wir da haben. Scharfe Korrektur und die Alternative dazu ist eine Seitwärts Korrektur. Und bei einer Seitwärts Korrektur, da geht regelmäßig dieses Ding noch mal höher oder ähnlich hoch oder höher und anschließend noch mal runter. Und jetzt gibt es das Stichwort Pattern Alternation. Das heißt, wenn wir vorne eine scharfe Korrektur haben, dann ist häufig hinten eine Seitwärts Korrektur oder umgekehrt. Wir haben jüngst gestern, hatte ich erst einen Vortrag dazu gehalten, das ein bisschen mal ausgearbeitet. Vielleicht hat ihr das ja mitbekommen in YouTube. YouTube vergisst ja nichts, aber ansonsten mal für euch jetzt verkürzt dargestellt. Da die relativ scharf ist, ist hier eine Seitwärts Korrektur relativ realistisch. Also rechnet damit, dass das passiert. Seid ihr nicht in Panik, wenn er das tatsächlich macht. Die Zielhöhen sind ungefähr hier, vielleicht ein bisschen tiefer, 33, 400 in etwa. Idealerweise allerdings nicht mehr über dem Hochende Mai. Also das sollte er idealerweise nicht nochmal toppen. Das lag ungefähr, aber da müsst ihr aufpassen, wegen Verfallstage und so weiter. 33, 333, das kann man sich gut merken. Aber Ende Mai, da gab es nicht so viele Zwischenhochs hier dieser Art. Da sollte er idealerweise nicht mehr überschreiten. Und noch ein zweites, wenn er hier runter geht, dann vielleicht noch abwarten, dass die nächste Bewegung eine steile ist und dann eine Korrektur folgt, dann habt ihr eigentlich ganz gute Ansätze. Also insofern mehrere Short-Szenarien, entweder jetzt sofort mit Trigger hier, dann gegebenenfalls hier oben. Da weiß ich nicht, ob man da so sinnvoll Short reinkommt. Da befürchte ich, dass das sich dann nicht mehr lohnt. Aber zumindest mal als wahrer Hinweis, dass das noch passieren kann. So, jetzt habe ich viel über Shorts gesprochen. Ich bin insgesamt dem Übergeordneten, aber nach wie vor Bullish eingestellt. Also meine Erwartungshaltung ist nicht, dass sich das bullische Bild geändert hat, sondern nur, dass wir in diesem bullischen Bild halt jetzt im Moment gerade in der Pause sind. Das sollte ja nicht so sehr außergewöhnlich sein, dass auch in einer Aufwärtsbewegung zwischendurch mal abwärts kleinere oder größere Abwärtsbewegungen sind. Das sollte uns da nicht wirklich stören. Also insofern halte ich das für recht realistisch, dass das hier eben auch eine Korrektur ist und anschließend weiter nach oben geht. Wieder mal eine Korrektur gibt, weiter nach oben geht, also 38.000. Wir kommen, da spricht noch vieles mit dafür. Erst wenn wir diese Zone hier durchstoßen oder vorher dieser 29. Mai Marke hier oder sonst die vom 25. Mai, diese Tiefmarke hier, 32.600 war es ungefähr. Da sollte man dann sagen, was ist das? Was ist da der Plan? Na gut, also gucken wir auf den S&P. Der zeigt ein etwas anderes Bild, das sind wir ja schon gewohnt die letzten Wochen. Die Abwärtsseite oder was wir hier haben, ist schon so halbwegs korrektiv auf dem Weg nach unten. Also man hat den Eindruck, oh ja, vielleicht steigt und klettert der jetzt auch schon bald weiter. Also aus meiner Sicht relativ realistische Chancen, dass wir hier weiter nach oben uns durchsetzen. Also eher bullisches Szenario beim S&P, also beim Dow mit der Pause nochmal zwischendurch, während hier vielleicht schon direkt der Marsch weiter nach oben. Und wer sich jetzt wundert, das kann doch nicht sein. Doch, doch, vergleicht mal diese Bewegung mit dem, was der Dow in gleicher Zeit gemacht hat, dann seht ihr, dass das durchaus nicht so außergewöhnlich ist, dass die nicht 100% synchronisiert laufen. Also eher bullisches Bild hier für die Intraday-Freunde unter euch. Vielleicht ein Hinweis, ich mache das mal groß. Wir hatten hier irgendwie einen relativ guten Anstieg. Wir hatten hier wahrscheinlich ebenfalls eine Seitwärtskorrektur. Sieht man schon, dass das ähnlich hoch ist. So zumindest mal die Vermutung. Jetzt sind wir hier in der nächsten Aufwärtsbewegung. Wenn die nächste Korrektur ist, da die seitwärts war, würde ich hier eher eine scharfe, also sprich mit fallenden Hochs hier mit rechnen. Dann wäre hier die nächste nochmal eine fünfte Welle. Das kann ich mir locker vorstellen, dass sowas ist. Also irgendwie habe ich den Eindruck, solange wir jetzt auf der Aufwärtsseite recht steil sind. Jawohl, da sind wir. Punkt 1 erfüllt. Das zweite ist die Abwärtsseite relativ wackelig. Das wissen wir noch nicht. Das müssen wir jetzt als nächstes beobachten. Dann ist die Aufwärtsseite die richtige, mit realistischen Zielen. Aus meiner Sicht auch die 4305, was es ist. Also die letzte Hochmarke, die wir hier gestern war, erreicht hatten. Oder dieses Doppeltop, dass wir das vielleicht sogar dann rausnehmen und der Kurs noch ein bisschen überschießt. Also da ist das Bild etwas bullischer eingestellt. Ebenso relativ bullisch ist das, was wir hier beim Nasdaq sehen. Er hat ja unsere erste Zielzone erreicht, die wir da uns mal ausgerechnet hatten, wo typischerweise der Kurs gerne reingeht. Das hat der Markt offensichtlich auch so gesehen. Ist dann da reingegangen. Also das liegt jetzt nicht daran, weil ich das so toll weiß, sondern weil es einfach statistisch typisch ist, dass solche Verhaltensmuster sind. Kleiner Warnhinweis, nicht immer passiert, was typisch ist. Aber es ist eine ganz gute Orientierung, dass man sagt, naja, das was typisch ist, sollte ich mal auf dem Radar haben. Und ich sage, nee, das ist zwar typisch, aber ich bin ganz sicher, das passiert überhaupt nicht. Das klingt nicht so sehr clever. Also insofern gute Voraussetzungen dafür, dass der Kurs hier eben reinfällt. Aber ihr seht, wir haben noch eine zweite Box hier offen und das ist durchaus realistisch, dass er da auch noch hingeht. Was bräuchte es dafür? Ja, eigentlich müssten wir hier dazu eine korrektive Bewegungsrichtung bekommen, um dann hier nochmal runter zu gehen. Im Moment sieht das nicht sehr korrektiv aus. Also im Moment würde ich jetzt mich noch nicht so sehr vorbereiten für die Abwärtsseite. Also nochmal, der Gedanke ist, wenn wir hier irgendwie sowas bekommen, dann sollte dieses Mittelstück hier idealerweise korrektiv sein. Also irgendwie was Wackeliges, eine Kursüberschneidung oder dreiwellig. Und man sieht schon hier im 4-Stunden-Chart, im Moment sieht das gar nicht so aus. Und wenn ich im 5-Minuten-Chart gucke, ja, bestätigt sich das Bild eigentlich, was wir beim S&P hatten. Hier die Korrektur, hier wieder Sass, kleine Korrektur, vielleicht nochmal wieder so irgendwas. Also das sieht alles im Moment relativ bullisch aus. Kein Grund, jetzt die Short-Richtung im Moment noch da zu fahren, das deutlich weniger realistisch. Wackelige Abwärtsseiten kann man sicherlich vorläufig zumindest mal für die Longseite eben nutzen. Ist damit das Ding hier für den Tisch? Nee. Zur Not wäre es immer noch denkbar auch, dass wir hier eine Bewegung haben, die vielleicht sogar auch sowas macht. Also das sind alle Szenarien, die ebenfalls noch gehen. Also das, was wir eben angesprochen haben, dass wir hier sogar nochmal einmal höher gehen und anschließend darunter, das halte ich für auch noch machbar. Aber im Moment eben, wie gesagt, müssen wir es nicht wirklich auf dem Trichter haben. Das Ziel dieser Zeichnung hier ist, also die Kiste ist ungefähr 14.200 bis 14.050, ein bisschen tiefer, ist nicht so sehr, hey, geht mal alle Short, da geht der Kurs runter, sondern das Ziel ist eigentlich, solange wir bis dahin fallen, ist es immer noch ein bullisches Bild. Das heißt, für die längerfristigen Long-Freunde unter euch solltet ihr nicht in Rage geraten, wenn er da reingehen sollte. Ob es tatsächlich tut, werden wir dann sehen. Wie gesagt, aktuell zeichnet sich es nicht ab. Aber selbst wenn er es täte, wäre das kein Abbruch für die bullische Seite. Erst wenn er da durchgeht, sollten wir uns Gedanken machen, wie macht er das Ganze? Und dann können wir uns Gedanken machen, ob wir dann die Position vielleicht doch lieber schließen, falls wir da eine haben oder uns das als Filter benutzen, zum Beispiel für andere Trades. Das sind ja alles so Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen damit verstanden, wie wir zumindest mal den Markt einschätzen. Mitnichten ist es so, dass wir das immer richtig tun. Allerdings, sage ich mal so, als Berufshändler ist man immerhin dazu verpflichtet, so wenig man weiß, so sinnvoll wie es geht, die Gestaltung der Trades vorzunehmen. Ein bisschen könnte euch das geholfen haben, nämlich mit den genannten Marken umzugehen, die ich euch gezeigt habe, an welchen wir etwas erwarten und dementsprechend dann die Möglichkeit zu haben, dort entweder einzusteigen oder dann eben Gewinne oder möglicherweise Verluste eben zu realisieren und dann zu sagen, da gehen wir raus, weil jetzt kippt das Bild weg von unserem Lieblingsszenario. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, falls ihr Feiertag habt und trotzdem den Markt euch anguckt. Viel Erfolg dabei. Ansonsten bis zum nächsten Beitrag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.